Für das heutige Rezept braucht ihr Mehl und dann füge ich meine selbst hergestellte Hefe hinzu. Wie ihr die selber macht, aber auch wie ihr die herkömmlichen Alternativen nutzt, findet ihr oben rechts unter dem i. Eine Prise Salz, noch ein bisschen selbst hergestelltes Vanilleextrakt, verlinke ich natürlich auch oben rechts, noch zwei Eier und nun füge ich noch ein wenig Milch hinzu. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch nochmal zum Schluss, dann könnt ihr einen Screenshot machen. Nun noch ein wenig Zucker, denn es gibt heute ein Brioche. Wer es da hat oder zukünftig haben möchte, das ist Lievito Matre, ein milder Sauerteig. Wie das geht, auch das verrate ich euch oben rechts unter dem i. Dies ist fast die wichtigste Hauptzutat heute bei unserem französischen Brioche, die Butter. Ganz wichtig, es ist ein sehr gehaltvoller Hefeteig, den es heute gibt. Und deswegen füge ich tatsächlich noch ein bisschen Lievito Matre hinzu. Einfach einen Esslöffel zu diesem Rezept, was ihr unten findet. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller auf. So, ich knete das Ganze in meiner Küchenmaschine. Das ganze Equipment, was ich empfehlen kann, wie immer unten auch in der Beschreibung, habt ihr Dinkelmehl verwendet, 630er. Dann bitte 5 bis 7 Minuten kneten. Nehmt ihr Weizenmehl. Dann bitte 10 bis 15 Minuten. Und dann machen wir doch gleich mal den Fenstertest. Schaut mal, ich nehme mir ein Stückchen hier ab. Und dann ziehe ich den Teig ganz vorsichtig auseinander. Und wenn er quasi so durchsichtig ist, dass man durchsehen kann, dann ist der Teig schön ausgeknetet. Ich traue mich gar nicht noch weiterzuziehen, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. So, den Teig gebe ich jetzt der Sicherheitshalber einfach hier in eine Glasschüssel. Dann kann ich besser beobachten, wie er sich so entwickelt. Deckel drauf und bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Habt ihr nur Hefewasser, kann das tatsächlich bis zu 12 Stunden dauern, weil er wirklich sehr fettreich ist. Da nicht die Geduld verlieren. Daher hier der Tipp, probiert es wirklich mit dem Lievitomatrimal aus. So, und ich habe das heute das Rezept, das ich im Holzbackrahmen backe. Herzlichen Dank hier auch nochmal an Bugs im Holz. Diese Backform ist schon wirklich sehr dunkel geworden, denn ich backe tatsächlich die Brote gerne darin. Die kriegen so eine wundervolle Form. Ich verlinke euch zum Schluss auch nochmal die Playlist von den Holzbackrahmen, wie ihr das einmal einbackt, bevor ihr das das erste Mal nutzt. Aber auch die leckeren Rezepte, die ich damit schon gebacken habe. Ich habe noch viele weitere Ideen. Ich habe auch noch diesen Viererholzbackrahmen. Da arbeite ich auch schon seit Längerem an einem Brotrezept. Aber hier und da hängt das noch so ein bisschen. So, und jetzt habe ich den oberen Rand auch mit eingepinselt, weil ich dachte, das wäre oben. Ist mir später aufgefallen, das war unten. Dann habe ich nochmal eben getauscht. Den Rand pinsel ich deswegen ein, weil das Brioche dazu neigt, nochmal ein bisschen überzubacken. Also quasi über die Form zu gehen. Und damit ich das dann später gut lösen kann, mache ich das dann eben so. Der Teig ist so gehaltvoll, dass ihr noch nicht einmal die Arbeitsfläche einpudern müsst mit Mehl. Das reicht tatsächlich so. Wer möchte, kann das natürlich machen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich diesen Teig nochmal so ein bisschen von außen nach innen mit der Teigkarte ein bisschen verarbeitet habe. Und dann teile ich mir das in zwei Stücken ein. Ihr könnt das auch in drei machen oder auch im ganzen Backen. Ich wollte mich da so ein bisschen traditionell dran halten, dass ich das einfach in zwei Stücke teile. Dann ist es auch ein bisschen einfacher, diese Teigmenge zu verarbeiten. Ich streiche den Teig jetzt hier ein bisschen glatt und falte ihn nochmal von außen nach innen von jeder Seite. Dadurch erhalte ich Spannung und der Teig geht nochmal besser auf. So, jetzt könnt ihr ihn nochmal so ein bisschen schleifen. Jetzt kann er direkt auch schon rein, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber wie ich auch nochmal auf Nummer sicher gehen und ihn nochmal von außen nach innen. Wenn ihr merkt, das wird schwer, dann ist es gut genug, dann könnt ihr das wirklich in die Backform geben. Hier so die erste Hälfte einmal reingeschoben und das ist wirklich kein Hexenwerk. Ihr seht, das ist super einfach. Ich backe meine Sachen im Moment in meinem Mini-Backofen. Daher ist es so, dass mein Holzbackrahmen oben und unten wirklich schon sehr dunkel ist, weil das einfach ein kleiner Backofen ist. Backt ihr im normal großen Backofen, dann habt ihr das nicht. Dafür habe ich dann aber auch den Vorteil, dass mein Backofen innerhalb von einer Minute schon vorgeheizt ist. Das geht richtig flott, deswegen nutze ich das ganz gerne. Und ihr seht, diese Holzbackrahmen halten wirklich einiges aus. Also obwohl ich den schon so viel benutzt habe und auch schon einige Brotrezepte für euch gezeigt habe, hält der immer noch wirklich gut stand. Das zeigt doch, wie qualitativ hochwertig das ist. Wie schon vorhin gesagt, das ganze Equipment inklusive dem Backrahmen verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Und natürlich auch nochmal die Homepage von Bugs im Holz. Die haben tolles Equipment, nicht nur die Holzbackrahmen, sondern auch noch mehr Zubehör. Aber wie gesagt, unten mehr. Das Ganze könnt ihr entweder mit Milch bestreichen, das finde ich tatsächlich am besten. Es gibt aber auch die Variante, dann nehmt ihr ein verquilltes Ei und streicht das drüber. Tatsächlich ist es so, dass Brioche ein wenig anspruchsvoll ist, möchte ich es jetzt mal sagen. Das heißt, wenn ihr das mit Ei bestreicht, dann kann es sein, aufgrund der Länge der Backzeit, damit es auch wirklich durch ist, dass es sehr dunkel oben wird. Wer hat, kann dann zum Schluss, wenn es anfängt dunkel zu werden, aber noch nicht ganz gar ist, Alufolie drüber geben. Das gibt es bei uns zu Hause nicht mehr, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das nur noch mit Milch zu machen. Ich zeige euch aber nochmal das Ergebnis, wenn ihr das mit Ei macht. Das war jetzt der erste Versuch mit Ei. Es ist ein bisschen schräg aufgegangen, ich hatte es einfach ein bisschen schief im Backofen drin stehen. Das ist noch nicht so dunkel, wie es später wird. Ich mache jetzt hier gerade mal das Thermometer rein. Schaut mal, das Gebäck ist noch zu kalt im Kern. Deswegen bei solchen Sachen wie das Brioche oder auch beim Hefezopf ist so ein Thermometer wirklich Gold wert. Ihr könnt es auch ohne machen, aber da besteht tatsächlich die Gefahr, dass es dann in der Mitte teigig ist. Seht ihr? Es sieht von außen schon richtig schön gebacken aus, aber es ist innen in der Mitte noch ruh. Also habe ich das nochmal reingegeben und schaut, das ist das jetzt mit dem Ei. Das wird sehr dunkel. Deswegen finde ich die Variante mit der Milch viel schöner. Und es sollte 93 Grad Kerntemperatur haben, dann ist es wirklich durch, sowohl beim Hefezopf als auch jetzt hier beim Brioche. Das solltet ihr auf jeden Fall einhalten. Ich habe euch die Backzeit unten nochmal angegeben. Und wenn ihr merkt, das ist noch nicht warm genug, lasst es fünf oder zehn Minuten länger stehen. Oder macht es dann so, dass ihr es im warmen oder heißen Backofen dort einfach nochmal ruhen lasst für eine halbe Stunde, während der Ofen abkühlt. Und schaut mal, so sieht das Ergebnis aus. Das ist jetzt das, was ich mit der Milch bestrichen habe. Das ist super fluffig, weich, echt lecker. Und wer das als normales Toastbrot für den Alltag haben möchte, lässt einfach ein bisschen weniger Zucker drinnen. Das ist dann kein originales Brioche, aber trotzdem sehr lecker. Schaut mal, hier ist die zweite Variante auch richtig fluffig, weich, einfach köstlich, egal ob ihr es mit Ei oder Milch bestrichen habt. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma Eure Emma Eure Emma Eure Emma